Ja, da sind wir. Heute ist Freitag, der letzte Handelstag der Woche. Nächste Woche Montag hat die USA einen Feiertag. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich mal wieder einen Tag, der Spannung bei den Indizes hervorrufen kann. Vielleicht Thema Gewinnmitnahmen, man weiß es nicht. Aber es ist auf alle Fälle toll zu sehen, was wir diese Woche alles erleben konnten. Guten Morgen, Ludger, Olaf, einen schönen guten Morgen. Rolf, dir ebenfalls allen einen hier schönen Freitag. Ich schaue gerade nach oben auf den vierten Monitor, den ich hier habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier nicht direkt in die Kamera reinschaue. Was machen wir heute? Wir machen unser normales Freitagswebinar mit den Ideen für den Handelstag, mit dem Ausblick für die kommende Woche auf der Nachrichtenseite und auch der großen Chartseite. Und dann im Bereich Edukation. Edukativ wird das heute nicht. Nein, wir schauen heute ins Biesburg. Da ist der US-Konjunkturbericht diese Woche Mittwoch erschienen. Der ist sehr, sehr wichtig. Da nimmt die US-Notenbank Informationen raus, wie es der Wirtschaft geht, wie die Zinsentwicklung weitergehen kann. Von der Seite her blicken wir rein, weil das ist auch für uns Traderinnen und Trader sehr, sehr wichtig, hier immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Damit gehen wir ins Webinar mit dem Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Diesen gesamten Risikohinweis bitte ich an dieser Stelle, alle zur Kenntnis zu nehmen. So, wie er hier auch abgedruckt ist. So, jetzt ist der Brexit durch. Mal gucken. May hat gewonnen, die Abstimmung im Parlament. Sie darf weiterregieren. Mal gucken, was da nächste Woche auf uns wartet. Das ist ja immer hin und her, aber die Märkte sind relativ cool geblieben diese Woche. Das ist interessant zu sehen. Das heißt, der Markt hat schon eingepreist, was wir gerade haben. Es gab keine bösen Überraschungen. Und möglicherweise ist es auch so, dass sich die Lage hier bald deutlich ändern wird. Man wird es sehen. Auf alle Fälle bleibt das Thema weiter am Markt erhalten. Und wir dürfen uns auf Nachrichten von der Seite auch wieder mit freuen. Schauen wir mal auf die heutigen Tagesnachrichten, was heute alles so kommt. Wir bekommen hier heute mit der höchsten Relevanz, wir sehen es hier aus Großbritannien, um 10.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze für den Monat Dezember. Das aus diesem Bereich hier. Da gibt es hier, wir sehen es an dieser Stelle auch noch, die Informationen rundherum um das Thema. Um 10 Uhr gibt es aus den USA von der Energiebehörde den Monatsbericht. Auch das kann durchaus interessant sein. Thema Öl wäre hier ein Punkt, auf den man da an dieser Stelle gerne auch mal schauen kann. Heute im Laufe des Tages gibt es beim Öl auch noch eine Pressekonferenz, und zwar die Pressekonferenz der OPEC. Und am Nachmittag gibt es dann aus den USA eine Rede vom FOMC-Mitglied Williams. Wir sehen die Industrieproduktion um 15.15 Uhr für den Monat Dezember. Und ganz, ganz wichtig, weil da kriegen wir so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie die Konsumenten aktuell in den USA gelaunt sind von der Uni Michigan um 16 Uhr. Die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Das also zu den wichtigsten Nachrichten, die wir heute hier an dieser Stelle auch immer mal ein bisschen mit auf der Uhr haben sollten. Und damit schauen wir mal in die Tagesideen rein. Ich habe vorbereitet, wer den Blog schon gelesen hat, wird es schon wissen. Alle anderen erfahren es jetzt. Wir schauen in unser Währungspaar Euro, US-Dollar. Wir blicken mal in den europäischen Aktienindex Eurostoxx50. Der DAX folgt später hier im Eurostoxx50 die aktuelle Idee für den heutigen Chart. Und dann, ich hatte es gesagt, Britannien spielt eine große Rolle. Eurobritisches Fund hatten wir vor ein paar Tagen schon mal auf der Uhr, aber unter einem ganz, ganz anderen Faktor. Also hier hat sich im Chart einiges getan. Das werden wir dann gleich sehen. Und hier schauen wir mal, wie wir uns da weiter positionieren können in dieser Seite. Das heißt hier einfach mal den Chart aufgemacht vom, was haben wir hier? Wir haben sogar gleich den Eurobritischen Fund. Da bin ich vorhin stecken geblieben. In der entsprechenden Marktprüfung. Deswegen machen wir einfach hier mit diesem Chart mal weiter, würde ich sagen. Wir sehen hier das Bild, was wir beim letzten Webinar auch schon gesehen hatten. Zumindest bis hierhin. Das war beim letzten Mal die Ausgangslage. Das heißt hier grün markiert der Aufwärtstrend. Hier das Tief gewesen bei 0,86,678. Oben der Deckel drauf. Hier im Bereich 0,90,872 bis 0,90,983. Da waren mal so die Hochpunkte, die wir hier gehabt haben. Hier mal kurz der Spike drüber. Aber die Korrektur hat sich hier in einer hohen Flagge mit weiter Breite ausgebildet. Aber es war eine hohe Flagge. Das heißt in dem Moment, wo wir es hier oben hatten, eher noch der bullische Bereich in diesem Markt hier oben. Und dann kam alles anders. Und dann kam der Brexit, die Brexit-Abstimmung. Und das hat hier die Reaktion entsprechend mitgebracht. Im Währungspaar, wir sind raus aus dieser Flagge, sind zunächst erstmal in eine tiefe Korrektur. Und das Ganze hat dann gestern dazu geführt, dass dieser hier grün markierte Aufwärtstrend nach unten hin durchbrochen wurde. Deswegen habe ich hier mal so diesen ganz steilen Kanal runter. Das heißt der Bruch hier unten raus kam in einem sehr, sehr steilen Kanal. Eine sehr, sehr schöne weite Bewegung unten drunter. Im Normalfall ist es häufig so, dass wir hier irgendwann ein Rebound sehen. Und hier scheint der Markt gerade jetzt auch ansetzen zu wollen zu einem Rebound. Und was können wir hier erwarten? Ich würde mal nicht zu viel reinstecken nach diesem Punkt. Aber mit Blick nach oben beim Weißen, die was kommt. Erstmal natürlich hier dieses Level, wo der Markt hier runtergelaufen ist. Was hier noch grün markiert war, weil es der Absicherungspunkt hier unten gewesen ist von diesem Aufwärtstrend. Der ist jetzt natürlich rot. Ein Widerstand hier in diesem Markt. Und der Widerstand, ich mache das gleich auch mal rot, dass wir hier im richtigen Kontext auch bleiben. Für diejenigen, die das Video dann im Nachgang auch schauen, dass jetzt Widerstand. Thema Rebound, ran an den Widerstand und dann wieder nach unten Richtung diesem Tief hier wäre eine Variante. Variante 2, der Rebound läuft ein bisschen höher. Da schauen wir dann auf die Tageshochs. Das können wir auch im Stundenschart uns dann gleich mal noch anschauen. Das wären dann Anlaufpunkte hier zur Oberseite. Das heißt, das müssen wir alles mal so ein bisschen abwarten, was der Markt uns hier zeigt. Aber auf alle Fälle scheint der Markt jetzt nicht erst mal brutal weiter nach unten zu laufen, sondern kurz inne zu halten. Was daraus wird aus diesem Inhalten, das lassen wir uns vom Markt einfach zeigen. Thema Rebound wäre natürlich hier eine logische Konsequenz, wenn man so das Marktverhalten der Teilnehmer immer wieder sieht. Das hat man hier an diesen Stellen auch immer gesehen. Wenn es dann weit, weit nach unten ging, in starken Dynamik kam, irgendwann mal so ein bisschen Rebound. Und das können wir hier, denke ich, auch erwarten. Wir müssen einfach nur abwarten, was der Markt an dieser Stelle macht. Wir gucken jetzt das Ganze uns mal in der Stunde an. Und da sehen wir momentan das, was hier der Tagesschart auch anzeigt. Der Markt ist hier in diesem Kanal nach unten gelaufen. War teilweise vom Trend her nicht immer ganz sauber. Da gab es auch mal Spikes nach oben und danach setzte sich das Ganze schwungförmig nach unten fort. Hier kam dann entsprechend der Bruch. Und jetzt sehen wir, wie der Markt hier, ich zoome das mal etwas höher, so leicht eine Bodenbildung macht. Das ist jetzt in meinen Augen noch nicht wirklich Euphorie. Aber man kann das Ganze durchaus mal versuchen. Wer das gerne aktiv machen möchte, die Korrektur zu traden, hier rauszukommen, wenn das Ganze weiter nach oben läuft, man kann sich hier relativ gut im Markt absichern, wenn man sich die Frage beantwortet, wo wäre denn der Rebound spätestens zu Ende. Und zwar der ist dann zu Ende, wenn wir hier unten drunter laufen, weil dann setzt sich ja dieser Abwärtstrend nach unten hin fort. Das wäre dann mal markant, je nachdem, ob es zum Trading-Stil passt oder nicht, aus dieser Seitwärtsbewegung hier raus nach oben mitzukommen. Wie schon gesagt, hier der Widerstand und hier oben dann ein paar Anlaufpunkte aus dem Verlauf des Trendschubs nach unten weg. Das kann hier jeder selbst sehen. Im großen Bild, und das ist das, was interessant ist, im großen Bild haben wir hier an dieser Stelle selbstverständlich das Tagestief von gestern. Und wenn es da drunter geht, dann setzt sich der Schub auch nach unten hin fort. Und dann haben wir das Potenzial voll zur Unterseite offen, weil hier ist dann lange Zeit erstmal nichts. Und das ist doch eine interessante Nachricht, die uns der Chart hier an dieser Stelle auch zeigt. Das werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Nächster Chart, den ich hier gerne mit reinnehmen würde, ist, da gehen wir mal in den Indexbereich. Wir schauen uns mal den Eurostox 50 an dieser Stelle an. Wie schon gesagt, DAX machen wir nachher auch noch. Aber hier haben wir mal eine interessante Handelsidee im Eurostox 50 drinnen liegen. Was ist interessant? Interessant ist hier das Verhalten der Marktteilnehmer. Ich habe jetzt hier mal nur den letzten Rest vom Trend hier eingezeichnet. Also das letzte Schwüngchen hier, was für mich hier mit Blick wichtig ist nach oben hin. Aber viel interessanter ist für mich, was hier passiert. Wir haben jetzt hier einen nach oben laufenden Markt. Und der Markt sammelt sich hier in einer Seitwärtsrange. Das heißt hier, das ist eine Seitwärtskorrektur dieser Bewegung. Und wir sehen es, der Markt, der will eher nach oben, als er nach unten will. Das heißt hier, wir haben hier oben drauf die 3.090 Punkte. Unten drunter die Begrenzung bei 3.036 Punkten. Das ist nicht wirklich viel, was hier drinnen ist. Und wir sehen, der Markt strebt nach oben. Und das, was wir hier sehen, ist in Bezug auf diesen Aufwärtsschub, den wir hier gehabt haben, auf diesen grün gekennzeichneten kleinen Trend. Der ist noch untergeordnet, weil wir hier die letzte Abwärtsbewegung haben, wo hier oben das Hoch ist. Aber wenn der Markt tatsächlich es schafft, hier oben rauszubrechen, dann, ich ziehe das mal ganz kurz etwas rüber, dann haben wir gute Karten, dass wir hier oben drüber laufen. Und dann zumindest erstmal kurzfristig testen, was haben wir denn hier oben am Hoch zu erwarten. Läuft der Markt direkt drüber, können wir dann auf die weiteren Hochs schauen. Die Korrekturhochs hier aus dem Abwärtsmove. Das ist dann interessant. Erst einmal aber das Muster hier. Und das ist wirklich schön zu sehen. Das ist eine Verhaltensweise der Markthernehmer, wo man einfach sieht, der Markt will hier nicht runter. Das ist eine abwartende Haltung über die Seite. Und dann, wenn wir das in Kontext mal zu dieser positiven Entwicklung hier sehen, dann wäre es hier logisch, dass der Markt oben drüber rausgeht. Nach unten kann es auch immer gehen. Da müssen wir schauen, was unten ist. Hier unter diese Linie, die ich unten drunter gezeichnet habe, was das Low hier gewesen ist, diese Seitwärtsbewegung bei 3036 Punkten. Da muss man einfach mal schauen, wenn es da drunter geht. Kann auch kurzfristig sein. Da ändert sich natürlich dieses Bild hier. Da ist dieses Muster zerstört, wenn es drunter geht. Da hat dann das Ganze keine Relevanz mehr, sondern dann haben wir eher die Situation, dass wir hier mehr oder weniger in diesem kleinen Bereich hier oben einen Top-Bereich hatten, wo der Markt dann runterdreht. Dann hat sich hier untergeordnet wieder ein Abwärtstrend gebildet. Da muss man dann einfach schauen, wie sehr der Markt sich hier beispielsweise an diesem Tief hier verhält, an diesem Tagestief bei knapp 3013 Punkten. Und dann geht es schon wieder hier runter in diesen Umunterstützungsbereich bei 2940 Punkten. Das wäre dann die Unterseite-Präferierung. Allerdings eher zur Oberseite, weil wir dynamische Märkte allerdings aktuell nach oben haben. Deswegen hier der Blick nach oben mit Bruch über die Oberseite in Richtung dann dieses Korrekturhochs im Abwärtstrend. Und wenn es da drüber hinausgeht, dann haben wir alle Chancen offen, hier den Markt weiter nach oben mitzutreiben. Also das hier im Euro-Stocks 50, das Ganze, wer hier den Blick in die kleinen Zeiteinheiten macht, der sieht halt auch, das ist eine klassische Seitwärtsphase, die wir hier haben. Und in diesen Seitwärtsphasen gibt es da keine sauberen Trendverläufe, sondern es ist einfach das Thema nach unten, nach oben. Und hier kann man gut und gerne auch, wenn das Ganze noch nicht so lange gelaufen ist, das Range-Trading machen, das heißt von unten nach oben oder von oben nach unten. Und hier zeigt uns der Markt auch in der Stunde an, er sammelt sich momentan ein bisschen hier oben. Und das bereitet oftmals den Nährboden für den Schub oben drüber raus. Also hier im Euro-Stocks 50 Interessantes zu sehen. Und damit gehen wir noch in das dritte Währungspaar für heute. Das ist hier sozusagen unser Haus- und Hofwährungspaar, der Euro-US-Dollar im Tagesschat auch hier. Und was haben wir hier gesehen? Wir haben hier gesehen den starken Abwärtsschub hier unten. Der ist weg, weil der ist gebrochen worden durch diesen Aufwärtstrend, der hier entstanden ist. Der ist erst ein bisschen zögerlich entstanden mit einem Haufen Tamtam hier hoch und runter mit den Kerzen. Da bin ich ja schon mal drauf eingegangen. Dann hat es aber trotzdem geschafft, sich hier über diese Marke, über dieses Korrekturhoch von 1,14996 drüber, rein aus technischer Sicht, bis hoch auf die Marke von 1,15697 hier im Kerzenhoch zu schieben. Jetzt ist das Thema Korrektur reingekommen. Das heißt, wir sehen, der Markt läuft tief, tief runter. Wir haben aktuell auch noch keine Anzeichen dafür, dass der Markt umdrehen könnte. Das heißt, hier mit Blick nach unten läuft das Ganze aktuell weiter nach unten. Der Stundentrend ist weiter abwärts gerichtet. Das heißt, der Stundentrend gibt ja hier die Korrektur auch vor. Was wir hier in diesem Bereich sehen, ist einfach der Weg, der nach unten momentan auch da ist. Nächster Anlaufpunkt, klassisch, wenn der Markt weiter runterläuft, wäre dann hier das Tagestief. Wo haben wir es gehabt? Das Tagestief vom 4.1. Und das lag um 1,13458, beziehungsweise dann wäre auch noch interessant, was macht der Markt denn hier unten an diesem aktuellen Korrekturtief bei 1,13089. Das zur Unterseite hin, das hat der Markt definitiv auch noch an Potenzial, rein aus technischer Sicht auf die Korrektur zu sehen. Keine Wirtschaftsdaten rein, sondern wirklich einfach nur in die Wirtschaftsdeblick. Auf der anderen Seite, wenn wir eine Umkehr bekommen und über das Tageshoch von gestern drüber laufen, dann haben wir eine gute Chance, dass das das Umkehrsignal ist, dass das die Umkehr der Nachfrage ist und der Markt dann nach oben ziehen könnte. Nächster Anlaufpunkt in kurzfristiger Seite wäre dann hier dieses Tageshoch bei 1,14253. Und weil ich gerade auch über die Stunde gesprochen habe, gucken wir mal in die Stunde rein. Und da sehen wir diesen Trendverlauf nach unten. Das ist der Abwärtstrend hier an dieser Stelle. Und der arbeitet, wenn man das mal so sagen möchte, momentan so ein bisschen an der Bodenbildung. Das sieht man auch im Kerzenbild im Tageschat. Das heißt, wir sehen das hier unten, Bodenbildung hier in diesem Bereich. Da will der Markt nicht so richtig drunter. Wir haben zwar hier immer noch fallende Hochkosten, aber möglicherweise gibt es hier wirklich so etwas wie eine Schulterkopf-Schulter, die sich hier entwickelt. Und hier oben haben wir dann die Nackenlinie liegen in diesem Bereich, so ähnlich hier in diesem, wo ich dieses Preis-Label hingemacht habe. Ich ziehe das mal ganz kurz hier oben drauf, also hier in diesem Bereich so die Nackenlinie mit einzuzeichnen. Das wäre dann interessant. Das wäre ein erstes Indiz dafür, dass der Markt wieder hoch will. Hier müssen wir einfach nur abwarten, was er entsprechend spielt und uns da dran orientieren, in welche Richtung es hier auch geht. Also das zum Euro-US-Dollar. Jetzt schaue ich gerade mal noch rein, ob wir Fragen haben zu Wunschmärkten. Da sehe ich momentan nichts. Dann können wir mit der normalen Planung hier weitermachen. Das heißt, nachdem wir ja die Tagesnachrichten und die Handelsideen durchgesprochen haben, blicken wir mal auf die Dinge, die auf Nachrichtenseite nächste Woche auf uns warten. Wie schon gesagt, vorhin avisiert, in den USA ist am 21. Januar Feiertag. Da ist Martin Luther King's Day. War aber, wir bekommen trotzdem Tagesnachrichten, ein bisschen was aus China. Warum habe ich China hier mit aufgenommen? Wir wissen ja, Handelsstreit USA-China, das hat mittlerweile teilweise auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung der Chinesen an dieser Stelle. Und deswegen hier die Daten am Montagnacht zum Thema Bruttoinlandsprodukt und Industrieproduktion. Das also aus China. Am Dienstag geht es dann weiter. Wir bekommen aus Großbritannien etwas vom Arbeitsmarkt. Das heißt, wir bekommen die Arbeitslosenzahlen und die Durchschnittseinkommen der Bürger dort. Um 11 Uhr gibt es dann den ZEW-Konjunkturindex, also die Erwartung, die wir hier haben um 11 Uhr hier aus Deutschland. Und um 16 Uhr gibt es aus den USA die Nachrichten um das Thema Verkäufe bestehender Häuser. Am Donnerstag geht es dann weiter mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Wir bekommen seitens der EZB Informationen. Klar, die Zinssätze für die Einlagen, das ist wichtig. Aber viel, viel wichtiger ist hier das Thema der Zinsentscheid. Ich denke mal, da wird nichts kommen. Das heißt, die Pressekonferenz, das ist wichtig. Wir sehen ja hier die Zinsentscheidung. Da rechnet der Markt nicht mit einer Anhebung und die wird auch nicht kommen. Da gibt es auch keine Anzeichen dafür. Aber die Pressekonferenz ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und nächste Woche, nicht Mittwoch, sondern am Donnerstag gibt es die Rohöl-Lagerbestände. Und am Freitag, wir haben diese Woche viel, viel Nachrichten aus Deutschland. Nächste Woche viel, viel Nachrichten aus Deutschland. Da gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex. Wir bekommen aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter. Und das Thema Verkäufe neuer Häuser geht nächste Woche auch rein. Das Thema hier, Verkäufe bestehender Häuser und Verkäufe neuer Häuser, das ist ja auch immer wieder ein Punkt in dem Biespuk. Da gehen wir dann auch gleich mal noch drauf ein. Bevor wir das allerdings machen, bevor wir ins Biespuk reinschauen, gehen wir mal in die großen Charts hier rein. Nicht die großen Charts, sondern die großen Indizes, um einfach mal so ein bisschen Stimmung zu bekommen, was hier losgeht. Auf der Währungsseite, den wichtigen Euro hatten wir ja schon besprochen. Das Thema mit dem WTI, das haben wir auch immer wieder da. Da sehen wir hier aktuell, wie sich die Korrektur von unten ergibt. Wir hatten ja hier diese Woche das Handelssignal besprochen. Hier diese Umkehr, diese erste Umkehrformation, die wir hier hatten. Jetzt sehen wir, der Markt läuft so langsam, ganz, ganz gemütlich auch nach oben. Wir haben hier das Top oben drauf momentan, dieser Bewegung bei 53,21 und der Markt, ja, ganz langsam, gemächlich arbeitet er sich nach oben ran. Wenn das Ganze hier überschritten wird, rein aus der technischen Planung heraus, dann ist es natürlich interessant, was wir hier oben sehen, an diesem Korrekturhoch am Abwärtstrend um die Marke von 54,40. Das bleibt interessant zu sehen, wie sich das Ganze dann verhält. Hier das Setup spielt der Markt, wie schon gesagt. Und da sieht man auch mal, wie gut das ist, hier hinzuschauen, wo wir unten gesehen haben, dass der Markt hier rumdreht. Hier hat er schön den ersten Aufwärtsschub gemacht, den Aufwärtstrend, hat dann hier das Korrekturhoch rausgenommen, dann weiter in die Korrektur reingegangen und dann schön Stück für Stück nach oben gelaufen. Das ist gemütlich. Das ist zwar schwankungsbreit auch, da muss man die Handelstrategie drauf abstimmen, dass man hier nicht in den kleinsten Zeiteinheiten immer rausgeschmissen wird, sondern den schönen großen Schwung mitnimmt. Aber nichtsdestotrotz, das ist doch genau ein Markt, der uns zeigt, hier wollen wir lang, da sehen wir, die Märkte schiebt es nach oben. Wie schon gesagt, übergeordnet das Bild weiterhin nach unten gerichtet, aber untergeordnet der Aufwärtstrend auch da. Und jetzt wird es hier oben wirklich spannend. Was passiert hier? Läuft er weiter hoch? Dann hat er die Chance, das Korrekturhoch rauszunehmen. Und wenn wir uns das ganze Bild dann mal in der Woche anschauen, das ist hier auch ein Peak, den wir in der Woche sehr, sehr gut sehen können. Wenn er tatsächlich hier drüber läuft, dann haben wir Chancen, weiter nach oben mitzugehen. Das muss dann, glaube ich, auch mit guten Nachrichten aus dem Ölmarkt rausbearbeitet werden, dass wir da auch gute Informationen bekommen. Und dann haben wir hier wieder die umgekehrte Nachfrage, die weiter nach oben die Kurse ansteigen lassen kann, rein aus charttechnischer Sicht. Ansonsten wird es, wie erwähnt, hier oben um dieses Hoch, was wir im Wochenchart auch sehen, sehr, sehr spannend. Weil wenn der Markt hier wieder rumdreht, dann könnte es unter Umständen auch sein, dass das nur die tiefe Korrektur gewesen ist, die dann hier wieder das Potenzial aufweist, etwas nach unten zu laufen. Ob wir dann neue Tiefskurse sehen, das bleibt dem Markt offen. Oder ob wir hier eine W-Firmige Erholung sehen, das müssen wir uns anzeigen lassen. Aber interessant ist, was hier aktuell passiert. Also der Markt wieder an einer sehr wichtigen Situation bzw. Position im Chartverlauf auch mit angekommen. So, das also hier zum Öl. Dann schauen wir mal noch auf die wichtigsten Aktienmärkte drauf. Das heißt, wir richten uns hier mal in den US-Markt rein. Wir sprechen mal jetzt über den S&P 500. Hier haben wir wieder so einen unschönen Chart. Ich will hier mal im sauberen Chart arbeiten. Das heißt, wir machen einfach hier mal den S&P 500 im sauberen Chart auf. Und im sauberen Chart sehen wir, was ich letzte Woche auch schon avisiert hatte. Wir haben hier in diesem Bereich, im Chartverlauf, hier diese wichtige Marke um den Bereich von 2600 Punkten. Das ist erstmal eine Linie, die es hier zurück zu erobern galt. Warum war diese Linie wichtig? Wir hatten hier in diesem Bereich zwischen 2600 und 2800 Punkten den Markt immer hin und her schwingen. Das heißt, hier oben um die 2800 Punkte Marke und untenrum um die 2600 Punkte Marke. Das war lange Zeit ein Bereich, in dem der Markt hier hin und her geschwungen ist und nicht so richtig eine Entscheidung finden wollte. Jetzt haben wir die Entscheidung gehabt. Der Markt lief drunter. Das hat uns der Markt ganz, ganz deutlich gezeigt. Aber was danach kam, das ist jetzt das Interessante, weil wir haben hier schön den Aufwärtstrand gebildet. Der läuft auch in einer sehr, sehr schönen Dynamik momentan nach oben und hat dieses Level da oben mittlerweile wieder rausgenommen. Ich zeichne hier mal für all diejenigen, die das Ganze auch mit visuell schön bestätigt haben wollen. Hier, das ist der Aufwärtstrand. Der steht momentan sehr, sehr weit in seiner Bewegung. Und das ist jetzt interessant, was hier oben passiert. Warum ist das interessant? Weil wir über dieses Level drüber gelaufen sind. Wir sind nicht nur dran gelaufen, sondern wir sind wirklich auch drüber gelaufen. Nächster Anlaufpunkt nach oben hin wäre dann dieses Hoch hier. Untergeordnet hatten wir dann den kleinen Trend hier. Also das war hier der Bewegungstrend vom übergeordneten Abwärtsmarkt. Und der wird halt gebrochen, wenn wir hier oben über diese Marke drüber laufen. Da klemme ich auch mal kurz ein Preisschildchen dran. Also das ist hier ungefähr die Marke knapp unter 2700 Punkten. Das ist das, was wir hier im Chart aktuell mit stehen haben. Und das ist interessant, was der Markt hier auch anstellen wird. Das ist das Potenzial, was wir auf der Oberseite noch haben. Jetzt kann es natürlich jederzeit passieren, dass wir erst mal nach so einer schön weit gelaufenen Bewegung eine Korrektur sehen. Wobei wir ja auch gesehen hatten, der Markt hat hier untergeordnet unter diesem Widerstandslevel noch mal kurz inne gehalten. Ein, zwei Tage und ist dann nach oben gegangen. Das ist auch ein wichtiges Zeichen gewesen, dass hier kein Verkaufdruck aufgekommen ist, sondern der Markt wirklich schön nach oben gelaufen ist. Und jetzt wird es halt Zeit, dass der Markt uns weiter zeigt, wie geht es denn fort. Und Fortgang wäre hier beispielsweise, dass wir irgendwann auf dem Weg hier nach oben eine Korrektur sehen. Die kann uns irgendwo hinführen. Gut wäre es dann natürlich, wenn wir vor diesem Punkt hier anfangen, wieder nach oben rumzudrehen. Das kann kommen. Nicht ausgeschlossen ist es auch, dass der Markt einfach weiter nach oben läuft. Diese beiden Szenarien sind entsprechend da. Und das ist halt das, was wir hier im Chart momentan sehen. Aber in meinen Augen hat sich das Chartbild hier im S&P 500 auch wieder deutlich aufgehellt, weil wir halt über diese wichtige Marke hier oben drüber gestanden haben. Und jetzt auch drüber stehen momentan noch. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie die korrektive Phase ausfallen wird, die irgendwann natürlich auch erwartungsgemäß kommen wird oder kommen sollte, wenn man das einfach mal von der Seite hier so sieht. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal noch in die Technologie rein. Das heißt hier den US-Tech als Kürzel, die NASDAQ hier an unserer Stelle, im Tagesschat auch wieder mitzusehen. Und hier sehen wir ebenfalls ein sehr, sehr schönes Bild. Wir hatten ja hier unten selbst die Marke. Hier war das letzte Level, was wir da im Bruch hatten. Das heißt hier, da klemme ich auch gleich nochmal ein Preisschützchen dran. Hier um den Bereich von 6440 Punkten lief der Markt hier unten drunter, hat also diesen übergeordneten Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Dann kam die Gegenbewegung und hier haben wir das gleiche Bild gesehen, wie wir es im S&P 500 gesehen haben. Wir laufen hier hoch, machen eine kleine Korrektur. Und dann hat dieser Markt tatsächlich hier dieses Level mit Schmackes nach oben rausgenommen. Das heißt hier hatten wir schön die Korrektur und jetzt ist die Planung ebenfalls so ähnlich wie im S&P 500 zu sehen. Wir sind jetzt erstmal wieder hier oben drüber gelaufen. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben einen validen Gegentrend gebildet und das ist jetzt interessant zu sehen, wo er uns hinführt. Wenn wir hier mal charttechnisch schauen nach oben, wo wir möglicherweise einen Widerstand erwarten können, das wäre dann hier oben diese Marke, die wir hier drinnen liegen haben, um diesen Hochbereich hier. Da klemme ich auch gleich nochmal ein Preisschild dran hier. Um diesen Hochbereich hier, um die knapp 2.000, ja was haben wir, 6.800, um die 70 Punkte. Das ist das Level, was wir hier oben haben, wo der nächste Widerstand auch warten kann. Und das ist auch spannend zu sehen, was wir hier von den Marktern immer dann gezeichnet bekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen halt hier wieder schön den Trendverlauf im Nasdaq. Und das ist schön, weil wir uns da mit den Verhaltensweisen der Marktteilnehmer auch identifizieren können und angezeigt bekommen, was hier los ist. Wie schon gesagt, aktuell ist da Bewegung auch mit da. Da kann jetzt jeder im kurz- oder mittelfristigen Bereich seine entsprechenden Trades dran ausrichten. Mittelfristig, wie schon gesagt, hier oben diese Marke von diesem Korrekturhoch, beziehungsweise was dann weiter in der Planung ist, wenn wir deutlich positive Märkte wieder sehen und der Markt sich wieder in Richtung des alten Trends nach oben anschließt. Da haben wir hier natürlich diese Hochs, die wir hier liegen haben. Hier oben die Marke von, ich mache mal kurz den Kurser an, dass wir es auch besser sehen können, hier oben knapp die Marke von 7.100. Dann hier oben die Marke von 7.200 und hier die Marke von knapp 7.350 Punkten als Anlaufpunkte in Zukunft, wenn wir hier weiter positive Dynami sehen. Also auch hier das Chartbild deutlich entsprechend aufgehellt. Auch wenn wir mit Blick in die Woche nur sehen, jetzt handelt es sich um eine Gegenbewegung dieses Schubs, den wir hier gehabt haben. Das heißt, hier auf Wochensicht Entwarnung kommt erst weiter oben. Aber als aktive Trader, warum soll man das ganze Spiel denn hier nicht nutzen, um hier den Weg nach oben einfach mitzugehen. Das also hier in den Nasdaq 100 noch mit reingeblickt. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in die Chats hinein, ob der ein oder andere vielleicht einen Wunschmarkt hat, wo er mal reinschauen möchte. Ich gucke mal kurz oben. Facebook sehe ich momentan nichts. Im GoToWebinar sehe ich momentan auch nichts. Okay, gut, dann hoffe ich, dass hier der Blick in die Märkte den ein oder anderen interessante Ansatzpunkte mitgebracht hat für die eigene Planung, die wir hier mit haben im US-Markt. Und dann schauen wir jetzt nochmal in den deutschen Markt rein. Das heißt, wir gucken jetzt mal hier auf den DAX. Und was wir hier sehen, ist auch eine sehr, sehr interessante Weise, wo der Markt sich mittlerweile hin entwickelt hat. Und zwar, wir sehen es hier schön an den Bereich des letzten Korrekturhochs. Das heißt, hier hat sich auch dieser Markt oben reingeschoben. Wir sehen, dass hier der Markt zeigt uns eindeutig auch an, er will nach oben, hat hier in diesem Bereich um die Marke von 11.000 Punkten, das ist ja auch der Bereich dieses Korrekturhochs hier, sich mittlerweile positioniert. Und wenn das Teil überschritten wird, das heißt, wenn der Markt hier dynamisch oben drüber läuft und sich auch drüber hält, dann haben wir hier diesen Abwärtstrend definitiv gebrochen. Und damit haben wir wieder einen schön dynamisch nach oben laufenden Aktienindex hier. Das kann man auch sehen, wenn man das Ganze mal sieht. Der ein oder andere sagt sich, okay, das war jetzt die initiale Aufwärtsbewegung, der der enger am Markt ist, sagt sich, okay, mit Blick auf die Stunde hatten wir hier den ersten Schub nach oben. Dann gab es hier die Korrektur in diese Richtung runter. Dann hier die nächste Bewegung nach oben und das Ganze dann in die Korrektur rein. Das heißt, hier rein technischer Sicht ist das, was wir hier die letzten Tage hatten, die Korrektur. Wir sehen hier die ansteigenden Tiefkurse. Und wenn wir hier drüber wuppen, dann läuft der Markt hoch, nimmt den Abwärtstrend hier unten raus. Und dann haben wir tatsächlich auch wieder die Umkehr, die wir hier haben aus technischer Sicht. Und dann haben wir hier die Anlaufpunkte auch, wie wir es so ähnlich geplant haben, gerade im Nasdaq, wenn wir dann mal blicken, in die markanten Hochpunkte, die wir hier haben, hier bei 11.570, hier bei 11.700 Punkten, hier oben bei 11.850 Punkten. Also da wartet mittelfristig einiges an uns, wo wir uns dann hier nach oben hin wieder in die Charts auch austoben können. Also auch hier im DAX sehr, sehr schön das Ganze auch zu sehen, wie wir aktuell doch deutlich positiver in die Märkte hineinlaufen. Und das ist also sehr, sehr interessant, wenn der Markt hier oben drüber läuft. Das ist ja das Wichtige. Er muss erst einmal drüber laufen. Macht er das nicht, dann würde hier kurzfristig das Ganze zu Ende sein, wenn wir hier oben runterlaufen und der Markt sich wieder nach unten orientiert. Das wäre dann das Zeichen, dass wir doch nicht hoch wollen und dann tendenziell wieder nach unten laufen. Das ist die andere Seite, aber Sie wissen, ich bin ein optimistischer Mensch und das, was ich hier aktuell sehe, ist eher bärisch, ist eher bullisch als bärisch zu sehen und deswegen der Markt hier für mich eher auf der Oberseite zu sehen als auf der Unterseite. Natürlich ist die Bestätigung auch noch ausstehend, aber so wie es momentan ausschaut, will er eher hoch als nach unten. Das sehen wir hier an den ansteigenden Tiefkursen in diesem kurzfristigen Bereich hier. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Stunde schauen und das Ganze im kleineren Bereich traden wollen. Wir sehen hier wirklich, wie die Händler immer früher in den Markt reingehen und hier oben zwar noch abprallen bisher, aber irgendwann kommt der Schub halt oben drüber, weil wir sehen, der Druck von unten wird zu groß. Die politische Lage in Europa, die ändert sich auch so ein bisschen. Politische Lage, damit meine ich hier momentan zumindest das Thema vom Brexit, wo der Markt doch deutlich wahrscheinlich mehr nach unten eingepreist hat, als jetzt am Ende wirklich kommt. Wir werden sehen, was hier rauskommt. Aber wenn sich das Ganze, sage ich mal, in den nächsten Tagen positiv entwickeln sollte, dann spielt der Markt halt aktuell das positive Szenario und dem kann man sich ja einfach auch sehr, sehr schön mit anschließen. Also das hier um die 11.000. Zack, jetzt sind wir mal live dabei. Tätä, wir sind hier live dabei. 11.000 Punkte im DAX zur Markteröffnung am letzten Handelstag der Woche. Sehr, sehr spannend. Haben wir auch nicht so oft, dass wir hier live bei solchen Dingen dabei sind. Gut, also das für den großen Chartcheck und damit gehen wir auf das nächste Thema, was wir heute haben. Und zwar sprechen wir jetzt hier über das B-Spuk. Technisch werde ich das jetzt wieder so machen, dass ich die Aufnahme kurz... Vielen Dank. Vielen Dank.